hallo liebe leute ich bin sehr dabei gekommen in meinem kanal heute darum auf diese also ich hoffe ihr kann das lesen so hier sehe ich euch auch mal vor egal wohin du dies ich bleibe bei dir das heißt egal wo du bist ich bin immer für dich da und sowas und ja ich dachte ich mache heute ein video für euch weil mir gerade so langweilig ist und ich dachte warum nicht ich meine hobby ist das mein hobby weiß ihr also da muss ich ein video darauf machen ich weiß auch schon was ich sage und so also ich hoffe ihr versteht mich mein ich kann nicht zu deutsch aber so dass mir auch egal und ja ich hoffe ihr versteht mich was meine und ihr hast du es zu sagen wie dein wohin du dich ich bleibe immer bei dir das steht für meinen freund für alina oder für die anderen für die oder sagt hier der jener oder er muss sie ihr kennt doch er muss sie meine beste freundin die immer so weiter und ja also ich hoffe ihr weiß was ich damit meine so was soll ich darüber sind warte dann trotz so ich bin wieder da vor allem gerade mein zweiter mein zweiter wollte mir was sein aber wie auch immer darum sich das egal wohin du dich ich bin bei dir also ich bleibe immer bei dir das heißt für meine freundin für alina und so einer wenn du das wie du siehst egal wohin du dich ich bin immer bei dir oder hättet ihr bibi bibi youtube-palace oder daddyb und julian die sind auch ein youtube-rin und darüber möchte ich was von jahren ich will ihn sehen und ihr so weiter ich hoffe dass die video euch gefällt hat weil ich mache morgen weiter und morgen mache ich ein video was ich glaube das video heißt was zum teufel ist los mit mir also morgens anzeigen morgen bin ich wieder in online für euch und dann sehen wir uns morgen und dann sage ich mal euch tschüss also daumen nach oben wenn das video euch gefällt und treibt in die kommentare wir sehen und sehen wir